So, ich hole jetzt mir erstmal noch ein paar Steuern rein. Ich muss nämlich sagen, ich will zumindest nochmal ein bisschen Geld haben, bevor das Ganze jetzt startet. Und jetzt gibt es nochmal Geld, jetzt kommt der War Council, der letzte, wo ich dann definitiv sagen werde, in Welt! Moment, nee. Prepare for a battle against another kingdom, so. Einmal dieses hier, will irgendwer was dazu sagen? Nein, schön. Genau so hatte ich mir auch gehofft. Und dann sage ich jetzt hier, Battle Invasion mitnehmen tue ich. Einmal natürlich hier die netten Damen, die ich ja sonst immer in der letzten Zeit mit dabei hatte. Das muss sein. Dann dazu natürlich auch mein Mann. Äh, das hört sich irgendwie richtig schwul an. Hä, okay. Von Little Bitch, so gesehen. Den Ehemann nehme ich dann mit, das ist hier der Marshal. Und dann natürlich dann noch den, äh, Vai-Yan und auch Meng da, das sind ja unsere, äh, ne, hier. He-Man, genau, He-Man, genau, He-Man war ja so gesehen noch, äh, Dingens hier, wenn ich liiert, aber war halt, ne, wisst Bescheid. Bruderschafts-Gedöns, Bruderschafts-Gedöns, wie man es auch immer schimpfen mag. Strategie-Müll. Preußen, ja, Treasure Base brauchen wir nicht mehr. Den schmeißen wir jetzt raus. Lightning Speed. Dann brauchen wir natürlich den Pilates brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ja, weil wir brauchen ja eigentlich nur noch, nur noch, halt, Improved Attack, Defense und Speed für 30 Sekunden, even if defeated. Okay. Schön. Raid nehmen wir auch rein. Und dann brauchen wir natürlich noch irgendwas anderes, richtig Geiles, und nehmen wir, sagen wir jetzt hier, wo hatten wir es, die Ultimate Might, Ultimate Might, oder wie man es auch immer schimpfen mag. Deswegen habe ich nämlich auch gerade eben nochmal etwas Geld dazu geholt, weil ich jetzt nicht wusste, wie teuer wird das Ganze. Aber so wie es aussieht, das sollte reichen. Poison, Lightning Speed, einmal halt schöne Kombi, dann Raid, einmal so einzeln, dann Ultimate Might. Das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Look-Kombi. Also es ist nur geiler Damage-Output, den wir jetzt hier haben. Ja. Reicht. Jetzt sagen wir, Beginn-Battle. Es geht ins Finale. Und eine richtig schöne Musik auch noch mit dazu gekriegt. Das ist doch fein. Wir gehen direkt auch in die erste Base rein. Wo ist mein Pferd? Oh. Das ist ein großes Pferd. Große Sorte-Hü. Und es ist verdammt schnell, das ist Horte-Hü. Verdammt, was ist das für ein Ding? Das ist ja krank. Juh-Boo, was hältst du von meinem schönen Pferdchen? Findest du auch so toll wie ich? Willst du auch mal reiten? Auf meinem Pferdchen? Hältst du wohl gerne. Kauft ihr ein eigenes. Oh, scheiße, jetzt ist er sauer. Wie stelle ich mir das jetzt hier am besten an. Das sind so viele Leute, die jetzt hier alle auf einen Haufen schon wieder rumhängen. Einmal mit dem Flegel ein bisschen durchholzen. Au. Nee. Wie war's das? Hör auf. Mano. Oh, jetzt komme ich mal mit meinem Schiff hin hier. Boah, dann fahre ich mal ein bisschen durch die Gegend. Aua. Vielleicht fahre ich auch später. Boah. Komm her. Juh-Boo. Der ist sauer, dass ich ihn die letzten paar Male so alt habe aussehen lassen. So singt er sich so. Jetzt haue ich den Tantor mal richtig einen am Hals. Bevor hier das Let's Play komplett zu Ende ist. Einmal muss das ja nochmal machen, aber... Bam, bam. Komm her. Ich bin noch nicht fit. Ja. Fertig. Nächste bitte. Keiner? Gut. Dann hole ich mir jetzt hier die Base. Genau. Da hast du noch mein Hotto Hü. Dann muss ich hier gleich mit weiter. Bam. Bauts. Bauts. Drei. 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 der Base, die mir gehört. Oh. Units in Trouble? Warum? Was hast du gemacht? Viking! Oder wie du jetzt auch immer heiß magst. Guys! Zur Hilfe! Auf zur Rettung! Wohin müssen wir denn jetzt eigentlich? Wohin muss ich denn zum Retten? Ich glaube in die andere Richtung. Da ist Wanni! Jawohl! Ich bin zur Rettung gekommen! Bam, bam! So, komm her! Ach, dann muss ich halt wieder absteigen. Er ist doch zum Kotzen. Oh, richtig schöne, epische Musik für dicke Kämpfer und anderen Leuten. Ich freue mich, einen in den Hals zu hauen. Und Musu-Attacken abzukriegen. Bautz! Einmal den Pflegel nochmal richtig... Ja toll, jetzt finde ich nochmal eine Waffe. Ganz toll. Ich finde jetzt am Ende nochmal eine Waffe. Ich habe doch gerade eben irgendwo einen Offizier. Ja, Dong Dingenskirchen. Ding Dong. Komm her! Ja! Nein, Dickerchen! Ah, scheiße! Da war noch was anderes im Weg. Verdammt! Bauts, 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 so! Warum ist jetzt hier auf einmal eine Katapult? Nicht schlimm. Musch! Immer ein bisschen surfen hier ohne Wasser. Trockensurfen nennt man sowas. Dann machen wir mal eine dicke Welle, machen wir auch. Komm da raus, du Halle! Hol Pimmelwispierne! Äh, also. Nächste machen wir halt auf die gleiche Art und Weise kaputt. Ist für absolut fucking name, aber scheiß drauf ist tot. Das interessiert mich hauptsächlich erstmal nur. Dong Dong! Geht mir aus dem Weg! Ich will den Ruhesurfen hier! Oh, ich nehme jetzt aber erst nochmal hier die nächste Base noch ganz in Ruhe ein. Ist ja eh so gesehen. Die letzte Base, oder allgemein, das ist das letzte Territorium. Da kann man sich ja einfach nochmal Zeit lassen. Man muss es dann ja nicht so direkt von jetzt auf gleich in einem Rush durchziehen. Das ist ja scheißen langweilig. Können wir hier nochmal ganz in Ruhe ordentlich aufräumen. Einfach nochmal richtig Spaß haben, so gesehen. Zum Ende Ende. Ich muss mir gerade aber erst mal überlegen. Wie komme ich denn jetzt da unten in die Base hin? Da ist ja noch einer. Ich wollte gerade sagen, da ist doch hier noch irgendwo einer. Wo ist denn jetzt? Da ist ja noch ein bisschen rumfeuern. Genau so muss es sein. Und verrecke. Attack mal zwei. Jetzt kommt nochmal Lu Bu dran. Oh, der war ein bisschen sauer. Weil dann kann ich das auch. Wo ist er hin? Da ist er. Komm her! Ich werde doch nicht fertig mit dir. Und Lu Bu ist platt. Vorerst. Muss ich aber trotzdem noch irgendwie die anderen Basen da unten hier hätte ich aber trotzdem noch gerne. Wo ist mein Pferdchen? Komm her, Pferdchen! Oh Gott! So, jetzt. Hätte ich auch gerade schon den ganzen Weg zu Fuß denken können. Er wäre wahrscheinlich genauso schnell schon jetzt hier in der Base gewesen. Absteigen! Ja, bumm, 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 bumm! Patsch! Weg mit euch! Gesindel, Lumpiges! Kapengs! Jawoll! So, Base weg! Meine! Aufsteigen! Eine Base haben wir da unten noch. So ein kleines Vorruhr, aber egal. Das nehmen wir auch mit. Bam, bam! Einfach nur, weil wir es können und Spaß haben wollen, hauen wir jetzt hier doch alles zu Brei. Meins! Vernichtungsschlag hier, aber sowas von. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, ob ich nicht hier über den Seitenweg ganz nach oben durchrennen kann. Oh, die sind jetzt schon auf dem Weg in die Mainbase rein. Na super! Während ich mir jetzt hier die Mühe und den Spaß mache, um mal außenrum alles platt zu hauen, gehen die jetzt schon direkt in die Mainbase. Dann haben wir schon den ganzen Spaß ohne mich. Natürlich toll! Absolut epischer Abgang. Da, wo alle Leute sind, bin ich nicht. Und ich farme hier in den Randbereichen rum, bin bekloppt da. Ja, absolut super. Tolles, episches Ende für dieses Let's Play. Nein! Ab geht's jetzt hier Richtung... Richtung gegnerische Mainbase. Jetzt sofort. Auf die Stulle, tripple die Trab. Motto Hü, gib Gas! Oh, was? Äh... So! Von wegen, Counter-Attack. Poison! Lightning! Aber hier mit dem Fliegel rumhauen! Attacke! Randale! Ich werde noch ein bisschen Terror machen zum Ende! So, wie es sein soll! Jawohl! Mudo-Attacke! Rauskrügel! Weg damit! Waffenwechsel! Jetzt kommt ein Schiffchen auch noch mal! Ich will mal ein bisschen rumfahren! Einmal ein großes Feuerwerk zum dicken Finale! Noch mal richtig einen reinkriegen auf jeden Fall! Das muss auch sein! Single! Double! Da war Rubo war auch mit dabei! Jetzt kommen die nächsten Muso-Attacker! Die haben wir jetzt auch noch mal raus! Machen wir das können! Und wir sowieso drei haben! Machen wir die dritte gleich noch weg! So! So, mit dem Schiff hier noch ein bisschen rumheizen! Wusch! Und quäbliche Wallerei! In diese Richtung! In die andere Richtung machen wir es auch noch mal! Jawohl! Das Muso ist auch noch mal voll! Da kriegen wir noch einmal Defense! Falls wir jetzt noch mal da noch verrichten sollten! Wer weiß, was passiert. Das war ein schönes Ende, finde ich. Auch wenn es jetzt anfängt, so leicht rumzubacken. Zum Ende hin. Der Kampf ist durch. Und wir sagen hier, rekrutieren. Will er nicht, dann exekutieren. Mir ist scheißegal, ob er das jetzt wollte oder nicht. Rekrutieren. Er hat sich doch dazu entschlossen, noch rüber zu gehen. Wir haben noch einen Iron Cleaver gekriegt zum Ende. Wir haben so gesehen, im Januar 193 oder 193. Little Bitch has united the entire land. Little Bitch is ruler. Und ich denke mal, jetzt wird noch mal eine Movie-Sequenz kommen. Gebührend natürlich für unsere Evilness, die wir an den Tag gelegt haben. Für Brandschatzungen, Schleieröhrungen und Eis-Bakets. Woher? Was? Wächtet? 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 Was ist das? Das war wohl die Danksagungen, der eine, der brauchte so lange zum Reden, habe ich außen sind abgefügt zwischendurch. Arme Sau. Arme Sau. Ja, also keine Zwischensequenz hätte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr erhofft, aber jetzt zeigen sie mir mal ein paar Sequenzen aus dem Game, Sachen die passieren können. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt noch in Ruhe an. Ich bin da in der Zeit noch ein bisschen ruhig. Ach so, das war's schon. Januar 19 oder 193. The ruler Little Bitch, the land has been united. The strategist Meng Dar served by the side of Little Bitch. A new era of peace is about to begin. Reaktion. Ja. Tja, das war's, das war Dynasty Warriors 7 Empires, Dynasty Warriors 8 kommt ja jetzt bald auch raus, wird noch ein, zwei Monate, glaube ich, dauern, dann ist es auch schon auf dem Markt, von dem her, vielleicht kommt dann auch Dynasty Warriors 8 Empires dann irgendwann, vielleicht gegen Ende des Jahres oder auch gegen Anfang des nächsten Jahres, ich werde es mir auf jeden Fall wiederholen und genauso auch wie zu 7 wird es natürlich dann auch für 8 ein Let's Play wieder geben, das weiß ich jetzt schon, also wenn Dynasty Warriors Empires 8 rauskommt, könnt ihr definitiv davon ausgehen, dass der kleine Vampy natürlich das Ding dann zu Hause hat und ein Let's Play vorbereiten wird und ich würde jetzt hier nochmal sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich bald in einem anderen Let's Play wieder, das was bei mir jetzt zunächst auf dem Plan steht, muss ich mal schauen, weiß noch nicht so ganz genau, was ich da alles mache, auf jeden Fall, falls ihr irgendwelche Vorschläge oder Ideen habt, was ich doch mal gerne für euch spielen soll, ob wir uns kurz antesten, damit ihr reingucken könnt, oder auch komplett als Let's Play Serie, schreibt es mir bitte einfach in die Kommentare oder schickt es mir per E-Mail, so gesehen einfach über YouTube anschreiben, könnt ihr auch gerne machen, dann kann ich mir das mal aufschreiben, eine eigene Homepage ist so gesehen auch schon in Planung, wo man darüber dann abstimmen kann, aber das ist noch alles Zukunftsmusik, da würde ich nicht zu viel jetzt nach vorne greifen, das kann man alles viel später dann nochmal angehen, sobald dann die Homepage steht. Gut, ich sage jetzt hier nochmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann demnächst in einem anderen Let's Play definitiv wieder, macht's gut, bis dahin, habt Spaß, haut noch gut rein, habt einen schönen Tag und bis dann. Bis dann!